Au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des... Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Als perfekt gebriefter Medienprofi weiß er, jede Gestik, die Mimik, jedes Lächeln muss sitzen, um als authentisch wirkender Staatsmann beim Volk Sympathie Punkte einzuhemsen. Von allzu großzügig eingesetzter Bildbearbeitung sollten sich Prominente hingegen möglichst fernhalten. Und das nicht erst seit dem Megaskandal rund um Prinzessin Cates stümperhaft gefotoshoptes Familienfoto, das von Agenturen sogar zurückgezogen wurde. Cates Fake-Foto hatte weltweit für tagelanges Rauschen im Blätterwald gesorgt. Misstöne, die auch ein vielbeschäftigter Macron unmöglich überhört haben kann. Doch ist er nun auch ins Fettnäpfchen getreten? Fans, Follower und Kritiker jedenfalls rätseln nach der Veröffentlichung zweier neuer Bilder, die Macron im Einzel gegen einen Boxsack zeigen. Mit verbissenem Gesichtsausdruck schlägt er zu. Er holt zum Schlag aus eine neuerliche Kampfansage an Kreml-Chef Wladimir Putin? Oder trainiert er, um einen Handschlag mit Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gewachsen zu sein? Normalerweise präsentiert sich der Präsident der Öffentlichkeit in feinen Zwirn gehüllt. Macron gilt zwar sportlich, doch ein solch stattlicher Oberarmmuskel verlangt ein zeitintensives Trainingspensum. Sieht man ihn im Anzug, lässt sich ein solcher Bizeps nur vermuten. Viele fragen sich nun, kann dieser Bizeps echt sein? Oder wurde hier mittels Bildbearbeitung etwas beim Trainingserfolg nachgeholfen? Angeber schreiben die einen, andere zollen dem Staatsmann wiederum Respekt. Viele äußern zudem die Vermutung, dass die Fotografin bei Macrons Bizeps beim Volumen digital etwas bis total übertrieben nachgeholfen hat. Macron ist jedenfalls in aller Munde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017